Hallo und herzlich willkommen zu Baldur's Gate 3 und dem Honor Mode. Ja, gehen wir ein paar Droger platt machen, wa? Hoffe ich. Eine Kampel, sieht abandacht. Äh, Lux aber auch nur so. So, wen haben wir denn dabei? Du kannst ja erstmal, erstmal einen drücken. Karla, ich habe leider keine Münzen mehr für dich. Das ist scheiße. Du bleibst hier. Meh. Lost Ink Sword. Du beibst, Flight Officer, hier. Can't give up now. Oh, I have the magic touch. Ah, hier. What's the story? Never a dull moment. What? Gek, got someone sneaking up on us. Survival is all that matters. Ambrose. Ambrose. Oh. Hat doch schon ordentlich wehgetan. Äh... Ist er weggeschossen? Christa finde ich gut. 75 EP schon mal im Sack. Kannst nicht, kannst nicht ragen? Tat trotzdem weh, wa? Warum bist du denn immer noch nicht im Fight? Okay. Die wiederkehrende. Zack. Da ist der Rest auch im Fight. Du könntest den doch mal da, äh... Ja, okay. Dann lauf halt nur bis dahin, wenn dann nicht die Bewegungsrate reicht. Ist ja... Ist ja nicht schlimm. So. Diesmal kam sie aber wenigstens zurück, die Picke, ne? Ah, dann weiter. Fehlschlag. Kalach, was ist los? Ich habe keine Chance. Erst gott uns. Ich habe keine Chance. Ich habe keine Chance. Ich habe keine Chance. Oh, fuck. Ich habe keine Chance. Ich weiß, ich habe keine Chance. Können wir nicht wegschießen? Der Wichser da! Er hat seine Affen wiederbelebt. Leider nicht, aber... Na gut. Er killt sich selbst. Wieso wandeln meine Zauberplätze weg? Segar. Her, komm. Silenz! Ja. 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 bist du schon tot schade fast tot ok kala ja gespannt können wir den arsch treffen du wichser ich hasse ihn ich weiß nicht, ob das die Kosten wert ist ja, was mache ich jetzt mit dem Arsch There goes nothing. Take action, Kroo! Shut up. Das war's für heute. Zeit, um zu streiten. Nicht genug Bewegungsrate, ah Gott. Er will nichts machen. Die Gute sieht gar nichts. Kannst du sie von Blindheit befreien? Nicht wirklich, ne? Tja. Wie oft kann der das machen? Tja. 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 ein problem alter fick dich doch kannst du jetzt mal alter dass ich da ist die wahl ja 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 Oh Got it weg ist unterbrochen im hohen bogen kloppen muss weg mit dir die die Witz. Indeed. Keine Bewegungsrate mehr. Ja, ich will nicht schon wieder einen Zauberplatz verballern. Witz. Weg. Gut. Kannst du denn zu schwer zum Stoßen? Das ist scheiße. Egal. Ich bin Furi. Ich bin Tod. Ist das so? Mach weg. Okay. Er dritt. Ist er wieder unsichtbar? Kamera. Schön. Ich habe das. Klappt gut, Carla. Schade. Ist blöd. Nein, wenn die hier sind. Schade. Mann. Sijal. Was hat er noch? Der Souverän, der hat noch. Ah Gott. Ich habe den Ich. Er macht den Weg. Dopp. 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 Wer die Dinger, ne? Guck mal. Scheiße. Ist da was, was ich treffen kann? Nicht wirklich, ne? Schade. Ich bin der Führer. Ich bin der Tod. Keine Zeit zu verlieren. Schön. Auch schön. Mach schon mal für die nächste Runde. Sie hauen dem Glut auf die Fresse. Aber mal so richtig. Dich. Ich braue ihn. Dich braue ich nicht mehr. Quatsch. Da liegst du auf dem Kreuz. Da hat nur noch einen. Schön. Fehlgeschlagen. Oh, okay. Fehlgeschlagen. Oh, okay. Damit... kann ich gut leben. Ein... Ein... Okay. ... Auf geht's. Ich bin der Weg. Ah. Ich werde ascendern! Das sagst du, aber stimmt das denn auch? Und tschüss. Warum sind wir noch im Kampf? Ach der, der lebt doch. Okkali-dokkali. Okkali-dokkali. Das lief besser als erwartet. Oh, Blitzladung weg. Karlach ist jetzt wieder fit. Alles klar. Oh, ich könnte für eine gute Mühle gehen. Wirst du denn auch mal wieder... Wieso ist das Ding annehmer ständig ausgewählt? Du sollst bitte das Schwert benutzen. Ich habe mich verloren in meinem Geist und... Well, in ist es. Der hat nix. Er hier, ne? Er war ja richtig geil. Er hat sich einfach... Ich spreng mich selbst. Okkali-dokkali. 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 Okay, okkali. Ja, das Gute ist, ne? Das habe ich im Tactician Mode schon lernen können. du darfst halt nicht mit den quatschen du musst sie sofort attackieren dann sind die überrascht verlieren eine runde einzige was hier ist es halt hier der komische der widerliche zauberer der ist der ist richtig scheiße jetzt gerade ist in dem moment bist du bist du überladen da haben wir noch zwei wurfschwere kann karlach gebrauchen wo ist denn der wo ist denn der rest so dicken die tumor ist excised die dweger are dead here i break ground from the dark will a mighty circle rise my song will feel the grotto death to the grotto may sustain but one sovereign in the age of glut there may be no ihr stellt euch gegen so bohr der euch unter schlupf gewährt hat a fate it has earned my circle long suffered while the dweger flourished aha i zanned to spore for help yet eat coward in the grotto and let my people be slaughtered aha earth let me grow a mighty circle and reap the reward or protect the precious parton as it waits for the circle of glut to devour it whole ah also gut ich mache ja hier eigentlich immer so ein paar sachen anders was ich nicht tun sollte und diesmal mache ich es auch nicht weil da ist eine echte aktion von der nur diesmal hast du eben auch keine verbündeten das sein das ist ein problem mussten nun mal ist ja ekelhaft man muss das denn nun jeder sein strahl der übelkeit geht das geht doch gar nicht kältestrahl kommt das bisher ein bisschen strom kritischen sogar und dann kann kann gehen auch jetzt weggehen ohne von die gehauen zu werden flipps jetzt mal richtig schön aus und haus dem arsch ins gesicht 9 k lach dann zerfleisch immun gegen wo ich war heute schon alle fragen kann so ein vier wort bluten ich brauche ein bisschen distanz so was bist du ich glaube stärker stärker ist es ist wunderbar stärker der junge schön ein vor die nuss naja ja 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 komm wollte sie mal ausprobieren mit vollen einsatz münzwurf klar münzwurf verballerst du noch im münzwurf und noch im münzwurf verballert du bist so scheiße warum bist du du scheiße ach geht doch komm probieren wirs und das klappt fiesen typ ne ich weiß gar nicht hier ne kann man das essen koledenfleisch man kann das verkaufen es ist aber relativ schwer die scheiße erschlagene drohe wandert jetzt hier alle irgendwo irgendwo latte hingerichteter tiefengelungen und da kann man auch rauskriegen und man hat kombinieren kann kann man nicht einmalige verwendung und was damit passiert ist glückssache ne kurzschwert des ersten blutes das ist aber der für unseren asterion ein der nein das ist der Geppervatars Da kann man rüberspringen, ne? Also da ja auch, aber das weiß ich schon. ja gut dann dann sagen wir mal dem bescheid dieser zauberer der macht sonst mehr probleme also im technischen mode hat er mir probleme bereitet wie es mit seinen weg blocken von zaubern die droger sind tot die fäulnis wurde beseitigt serenity fragrant spores waft through the air your heart swells with bliss with your every breath freely you have given to us freely you may take cool cool the guardian gate is open go and claim your reward schön schön but before this i have another boom to ask of you okay you have cut out the dwegar blight but not its source in your mind's eyes spore shows you a drow striding among minkana dead aha hier dieser ist es er hat uns er hat ihn in turn bring mir seine hau und ich werde wissen dass mein kreis sicher ist mein sovrinn mag der delegat wird erledigt ich bringe euch in das kopf ich habe außerdem das wesen namens glut getötet es wollte euren kreis auslöschen kinspirit schoen schön noch mal hier so eine nase nehmen tja ein problem erledigt und fünf neue tauchen auf so was gibt es denn hier leckerlis so hier ist die körper präumt die annaunz ist das buch um zu sein, Flumpf-Mating-Rituale Die Seiten, die offenbar von einem Hauptfolianten abgeschrieben wurden, beschreiben den Bau und die Nutzung einer großen Schmiede im Unterhalt. Unter den Scharjüngern weilte der Gnom Sivolu Yali, dessen Zauberkünste von Kerzenburg bis Sokore bekannt waren. Unter seiner Anleitung erbauten die Scharjünger die große Schmiede, die Mitral so sehr erhitzen konnte, dass es zu adamant wurde. Aus diesem unglaublichen Metall konnten die besten Klingen und Rüstungen gefertigt werden. Allerdings war nicht die Schmiede selbst, sondern der von ihm aus Magma beschworene Beschützer der Augapfel von Yali. Dieses Konstrukt soll so mächtig gewesen sein, dass keine Klinge und kein Zauber ihm etwas anhaben konnten. Anweisungen zum Betreiben der großen Schmiede sind darunter aufgelistet. Zutatenrohes Mitralerz und geeignete Gussform. Erz und Gussform in entsprechenden Kammern platzieren. Hebel zum Absenken des Hammers ziehen und Erz zum Schmelzen vorbereiten. Ventil öffnen, um Lava in Tegel fließen zu lassen. Dann erneut Hammer fallen lassen, um Produkt zu schmieden. Ja, Brüder. Ja! Frostiges Metall. Ist das eventuell das Kopfstück? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Pegasus-Feder. Okay. Das will ich kurz mal in Erfahrung bringen. Weil ich hab ja von dem einen Joe, hab ich ja da... So, und das ist auch hier, eisiger Griff, ne? Aber vielleicht sind das drei Teile. Egal. Schauen wir mal nach. Schauen wir mal nach. So. Kombinieren. Ach, scheiße, es sind drei Teile. Scheiße, 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 scheiße. Tja. Drei Teile. Das ist blöd. Aber wenigstens hab ich das Rätsel schon mal gelöst. Man kann da wieder was kombinieren. Okay. Die Rotkappe darf ich auch haben. Ich trau mich hier nie so wirklich Pilze pflücken, hörst du? Jute Sack. Komm. Er hat gesagt, ich darf hier alles haben. Dann nehm ich auch alles. Was ist mit der Schriftvolle da? Ah, guck mal, da habe ich so einen fetten Helm. Schatten von Mitsuburanzern. Ah, ah, komm. Leiche. Ja. Schut. Dann würde ich sagen, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. In der nächsten Folge befragen wir den Typen ja, glaube ich, nochmal, ne? Kann ich jetzt nicht mehr, ne? Ich muss hier wieder das Amulett anlegen, ne? Habe ich das Amulett denn überhaupt bei? Jo, habe ich. Alles klar. Gut. Dann wünsche ich euch was. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bin raus. Bye, bye.